Superbadmann in der Nähe vom Portmann. Das ist ein Lost Places, ein verlassener Ort. Wir müssen nachher mal googeln, was hier genau vorgefallen ist. Ein Kriegsschauplatz. Das sind Geschütze hier oben und untererdige Bunker und auch für Artillerie nach dem Meer herzu und nach hier rüber. Pass auf Kaula, nicht da vorne, da ist schon alles morsch. Da stehen hier vorne noch mehr, mindestens 8 bis 10 Stück. Tschüss ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.